So, willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Nach diesem... Verlies. Gehts jetzt endlich zu diesen Weight Punkten. So war ich nicht in der Nähe? Tatsache, wir brauchen gar nicht springen. Das wäre total dumm. Das verließe ich, das... Das war nix. So, ich spiele am Nachmittag. Das heißt, wir haben eine höhere Chance Spiele zu finden. Die Fräule kann nicht sehen, wenn die an sind. Ist vielleicht auch noch nicht unwichtig. Werden wir sehen. Ja, ja klar. Dann, Herr Käfer. Hier, hier. Es stirbt doch mal. Hier sind die nicht schulden. Damit haben Sie sicher nicht gerechnet. Oh, was greift mich denn... Mich greift irgendwie alles an heute. Ich nehme meine Reichweite. Es ist wirklich... Spiegel-Mor-Mosaik-Basillon entdeckt. Ich sammle für mein Leben gerne Runesteine. Was zum... Wo kommt ihr dann her? Ja, klar. Ja, klar. Hat ja auch gesehen. Als ich vor mir geportet habe, hat dann... God Mode aktiviert. Oh, Mann. Es ist eine Last, ey. Ja, schließt das Ereignis ab. Können wir mal die anderen suchen. Eines wäre hier oben. Plopp. Und das erscheint ja nicht an zu sein. Sowieso mein Inventar ist ziemlich... ...mit Kron-Sachen behäuft. Gut. Ich reagiere ganz entferntlich gerade auf... Minutauern. Was? Shit. Ah, vielleicht wäre Teleport doch... ...gar nicht so schlecht gewesen als eine... ...Entscheidung. Vielleicht ist einer, wo wir jetzt hingehen. Oh, gerade an. Die sieht man ja doch relativ weit. Ja, Gegner. Oh ja, klar. Greif mich ruhig an. Stun mich. Komm. Stun mich doch. Ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Scheiß Gegner, ey. Das Gegner-Design habe ich... ...finde ich fürchterlich. Das Gegner-Design habe ich... ...finde ich fürchterlich. ...eindeckt. So, das nächste. Es gibt nur vier, ne? Das nächste wäre... ...da. Ja. 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 Da ist irgendwas passiert. Haben wir hier Glück? Ich weiß noch nicht, wie die Dinger aussehen. Alles klar. Oh nein, ich bin falsch gelaufen. Ja, ich bin auch in den Baum reinrennen. So. Ich will einfach keine Zeit verschwenden, hiermit irgendwie irgendwo hängenbleiben oder an Gegenden kämpfen. Spiegel oder Mosek bei Ostomir entdeckt. So, der letzte ist hier. Oh, schneller! Guckt euch das an. Überall geht es. Überall. Spiegel oder Mosek bei Ostomir entdeckt. Und hier ist die Gruppe. Okay. Kann man sehen, welche an ist. Da, okay. Dann folgen wir der Gruppe mal. Die werden das ja wohl jetzt gerade machen. Und so kriegen wir relativ schnell alle. Oder immer dieselben. Ich kann ja wohl Reiten spielen. Das ist hier nicht so blödsinn. Man kann sich doch nicht vom Weiten sehen. Jesus. Gut. Bin mal gespannt, wie die aussehen. Spiegelmoor-Ritual beginnt in der Wildnis. Nett. Sollen wir irgendwas machen hier? Wie werden die benutten, gemacht? Oder müssen wir jetzt hier einfach warten? Irgendwas. Wie sind wir das? Ah, okay. Da muss man also Sachen machen. Das glaube ich dir auch so. Das glaube ich dir auch so. Okay. Ist das so? Warum kann das man so gut machen? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will nicht. Aber ist nicht geschafft. Sieht so schlecht aus. Ist ja auch geil. Ich schieße eigentlich in die Richtung. Gut, also es sind dann diese... Diese Dinger, die werden gesperrt werden müssen. Ah, deswegen sieht der Himmel aus, ne? Oh, jetzt kommt der Himmel. Ah, jetzt kommt der Himmel. Ich bin der Himmel! Und schrecklichem Kuss! Okay das ist es cool aus. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der dauert länger als ein Däumen. Der dauert länger als ein Däumen. Okay. Das Auflosen war relativ unspektakulär. Aber cool. Ah, jetzt da unten alles klar. Ja. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Ja, verdammt. Was haben wir das verstanden? Ich würde natürlich alle machen. Ja. 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 Das heißt mal hier mal. Ich bin fast witzig. Hilra Kitzal, Sumi-Zak! Hilra Kitzal, Sumi-Zak! Diese Störung wird hier berührt. Hier beginnt man ein bisschen Angst. Alter! Der ist ja voll auf mich abgesehen. Der ist nur auf mich forciert. Der ist nur auf mich forciert. Der ist nur auf mich. 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 Der ist ja voll auf mich. Der ist nur auf mich. Der ist nur auf mich. Widerstand nicht. Der ist nur auf mich. Das war's für heute. Erzeugt die Macht vom Spiegelmoor. Wo soll man denn ganz hin? Erzeugt die Macht vom Spiegelmoor. 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 Das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Erzeugt die Macht vom Spiegelmoor. 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 Eigentlich schon abartig. Erzeugt die Macht vom Spiegelmoor. Ihr habt geholfen, den Pakt in Sturmfeste zu stärken. Okay. 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 So. Kling, 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 kling. Was ist denn für Ausrüstung? Was ist denn für Ausrüstung? Ja, ich mache was besser aus. Da ist auch noch mal bessere Panzerschienen. Und jetzt hat sich wahrscheinlich überall... Ne, doch nicht. Schwere Rüstung, wollte ich sagen. Ja, gut. So weit, so gut. So, da sind wir noch an. Wir parken uns mal an den da. Achso, ich muss mich noch reparieren. Vaparion! Bitte, bitte! Scheiße, die Weltbosse, die kommen auch noch. Die werden doch doof. Ich weiß nicht, wo die sich befinden, das ist das Problem. Großer Einrichtungsgegenstand. Okay. Interessant. Fonty's Crate. Wo ist er denn? Den könnten wir mal gucken. Und wenn der gerade gemacht wird, wo der noch dabei ist, dann können wir den auch gleich mitmachen. Ich glaube, die Bosse auch auf der Karte hier. Sehe ich gerade. Okay. Können wir auch noch hängen. Natürlich ist er in einer Mulde. Grenzwiege entdeckt. Äh. Was ist da denn? Okay, will ihn keiner machen? Oder? Ja, da hinten steht derjenige noch, glaube ich. Hier ist ein anderer. So ein bisschen ein Zeitdruck eigentlich, weil da hinten das Ding noch läuft. Weltbruch ist alleine, könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Und traut sich halt auch keiner ran. Ah! Ah, shit. Das ist natürlich ganz blöd. Das ist ganz blöd. Jetzt müssen wir die eigentlich schnell runterprügeln. Ähm, das packen wir nicht. Ähm, das packen wir nicht. Das war für Hüse, da ist ein Paun. Ja. Das war's. Das war's. Äh, das ist zweit für Lebensmüder. Spiel, warum lädt's so? Hä? Hä? Was ist im Ernst, wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Okay, Bug. Sehr merkwürdiger Bug. Er hat mich gerade teleportiert, ne? Oh, ist das reitenlangsam, ey. Gut, wir sind noch rechtzeitig. Wo ist den? Er bnickt die Macht und Spiele, Rohr. Okay. Ah. 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 Das ist der Timing für Harry jetzt. Ich will gleich hier wieder. Warum immer ich? Das ist der Timing für Harry. 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 Wir werden wiederkehren. Das ist der Timing für Harry. Das ist der Timing für Harry. Was habt ihr gefunden? Lass mich mal sehen. Es fehlt nur noch der hier hinten. Ja. Perfektes Timing. Super gutes Timing. Das ist der Timing für Harry. 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 So, ein Strang weg. 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 so weit wird man auch nicht alle tage so so ein Probierenrot gekriegt ok dafür habe ich schon mal eine Fertigkeit ah hier alles klar cool jetzt haben wir auch alle vier jetzt mach ich mal auf so eine Weltboss und guck mal ob der da steht ich glaube ich bin fertig mit Heulen mit aufnehmen das sind auch so lange Laufwege ey ich bin nicht mit einem Strassenhinter Komm! Wirklich! Scheißviech! Das ist die Frage. Gut. Halten wir mal den Chat im Auge. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Vielen Dank.